Hallo, ich bin Herr Christoph. Ich bin Diplom-Sportlehrer, Rückenschullehrer, Fachsportlehrer für orthopädische Rehabilitation und seit mittlerweile sechseinhalb Jahren im Aktiv und Gesund kümmer mich da eigentlich grob gesagt um alles besonders, um Leute, die aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen und oder ihres Alters eine besondere Betreuung brauchen, Wassergymnastik hier, 50 plus Kurs, Wirbelsäulengymnastik. Bei Aktiv und Gesund sage ich mal, kann ich mich voll verwirklichen. Ich habe hier gute Kontakte zu Ärzten und Physiotherapeuten, mit denen ich zusammenarbeite, sodass wirklich jeder ganz gleich welche Einschränkungen er hat, hier einfach optimal betreut werden kann. Selber trainiere ich ja seit über 30 Jahren, eigentlich täglich und stelle irgendwie fest, dass ich, obwohl ich auch schon 58 bin, eigentlich überhaupt nie Probleme hatte mit Gelenken, Rücken oder internistischen Beschwerden wie Bluthochdruck, Zucker und dergleichen mehr. Ich kann wirklich nur allen Leuten empfehlen, sich hier mal zu melden. Ganz gleich, ob ihr noch nie Sport gemacht habt oder aufgrund von Verletzungen, Alter nicht mehr könnt oder was auch immer. Wir wissen heute, es ist nie zu spät. Man kann eigentlich immer noch große Erfolge erreichen, man muss es halt einfach nur angehen. Deswegen kommt bei uns vorbei, lasst euch einen Termin bei mir geben, sehr gerne, das ist unverbindlich. Ich zeige euch mal alles, was wichtig ist, worum es geht und dann könnt ihr euch entscheiden, ob das was für euch ist, aber kommt einfach mal vorbei. Es ist eine nette Atmosphäre, nette Leute, stressfrei, kein Sehen und gesehen werden, einfach nett hier. Ich warte auf euch.